Hallo, da bin ich wieder, euer OxyAction. Heute machen wir ein kurzes Programm für Bauch, Beine und Po. Nehmt euch eine Matte oder ein Handtuch und legt euch auf den Boden. Wir beginnen mit der Po-Brücke. Beine sind eingewingelt und Füße stehen stabil am Boden. Kopf und Schulter bleiben auf der Matte. Wir führen das Becken nach oben und spannen den Po an. Po bleibt während der Übung immer in der Luft. Arme stabil seitlich neben dem Körper legen. Der Po-Muskel ist ein Ausdauermuskel, das heißt wir machen viele Wiederholungen. Noch viermal. Beine zusammenschließen und in Wechsel nach oben strecken. Der Po bleibt die ganze Zeit oben. Bauch und untere Rücken sind angespannt. Noch viermal. Noch viermal. Und geschafft! Jetzt machen wir eine Übung für Oberschenkel auf der Vorderseite. Wir setzen uns und stützen uns mit den Händen ab und ziehen die Beine im Wechsel nach oben. Noch vier Mal. Als nächstes machen wir eine Bauchübung. Wir heben die Füße an und führen die Arme nach vorne, sodass wir im Gleichgewicht sitzen. Kompletter Bauch bleibt angespannt. Gleichmäßig weiteratmen und halten. Als Steigerung könnt ihr die Arme zwischen die Beine führen und wieder nach außen. Und schön das Gleichgewicht halten. Als letztes zeige ich euch eine vorgeschrittene Variante der Po-Brücke. Wir stützen uns nur auf Händen und Füßen ab und führen den Po nach oben. Bauch und Rückenmuskeln bleiben immer angespannt. Und oben halten. Sehr gut. Geschafft für heute. Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020